Herr Lecknitz Wir bangen hier alle voll rum Ich weiß, voll geil Ey, die ersten Schneefocken Ey, ich hab meine Sachen weg Sieht euch, genau Willkommen Abend hier, leider kann ich keine Rosen verkaufen Ich hab selber keine Hose ab, Alter Das ist ganz aus dem Gleit, wo ich die ne Ja, ich nehm euch eure Geste nicht in Kauf Hahaha Nein, du Wie hast du das aussehen? Wie hast du das jetzt gemacht? Was war das? Was war das? Nein, das war ASF und dann hier Nicht um uns rum So, mal sehen Wie macht man sich um sich rum? Hahaha Da brennt Hoffel Hat wieder mit Feierungen gespielt? Komm rein Ha, siehst du Baby kommt bald wieder Dann wär ich sie richtig geworden Bäm Go, go, go Hallo, achst du nichts aus? Eine Scheiße Aua Hallo 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 Навert Hallo Ich bin mir immer noch jeder lefty Ja das ありがとう Maul in der Welt ach so wie sie noch besser hat das ist ja schon zu wissen aber auch wir haben dann können das war der Welt bei so und wo er aus zu diesen Hütte wird Internet Stierproblem eine Mutter ist es würdig ich kann sagen was der Wind war das war der Wind schieb oder alt Prozent 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 da zwei Prozent 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 und hat noch ein Jahr und muss er sein er wurde wer ist das denn Nürn nachdem die Anrufe meiner Mutter auch Prozent müssen müssen sie haben wir ja auch mal gelesen was haben nur ich heile sie natürlich um er Euro war mal nur wenn du machen und dann so haben Hedgehog voll ins Knie ja Prozent 0 als erst und dann um mich rum die war nicht nein und dann hier dieses Prozent leider hier recht klick und ich habe ich habe gebraucht 6 Werber rechtsklick und Vampire schlug mir es geht und und das sind in der Klinik in der Zeit von mir und so ein paar Jahre aber er hat so macht er es zu tun aufwählen die Hälfte stattfinden älter das Lachen mit der Kampagne und so steht zum er war in der rechten Meistern und hier auch gemütlich sei auf der Hut ich begehe mich zum Tor im Osten und die heftigen Körner er kann ich mich verweisen zum Glück ist er kein passiert kein Papier ja komm wir wissen es die Zoll du homo führst Dankeschön du darfst nicht passieren du auch nicht Exkling und was war das jetzt oh dieses komische Großschreiben und dann links rechtsflick so a-s-r-gegen weg du zum Urlaub ich hab's gelegt und da hat sie A1 die Bekunft die Produkte und dann nur knuschen ja kommen die Pässe die Säge an der Säge an das war ja los Leiberg an den Tag und das hat er gesagt Guck dir aufschlusset Nein alles was kolossiert Nee Na guck mal was da für ein fein ist das war ich nicht das weg bin ich tot das war Ache hat sich geschlagen Ich bin schon viel mehr am Leben also auch sonst wiiiii ein so ein Torfarmel na ah in und waren und war wieder die gleich das Haus das Haus h was machst du da wie sowieso lässt du das Haus brennen muss der Besonderes Blasch Neues mit dem Rostift Moritz erdacht die Beleiter bei der und auch wie die Dänen geht es kurz ein nur so eine Rolle und Kupfer an alle Eintracht Kiezen immer einfach nicht abhandeln so oft nicht zu machen wenn jeder die Aussicht der Kälte ich gar nicht war dass du wirklich ein Gerüst Prozent Prozent der Veränderung erlieblich da auch gerade und alle treten über mich aber auch in der Zeit der Verheirat da ein steckt denn die bei Mikrofonen da hat die Städte in meiner Art und wollen das sagt ich bin so gemeint ist es wieder so ich bin und er die mag ich schnell einen anderen aufnehmen muss die Euro da hat es war haben muss auf diese Kursen sagt der Kinder gehen noch mal um und und war dritten wenn sagt muss ja mal heilen kann war ein weiterer Stärmer zu sterben Prozent jetzt nicht so zufrieden müssen die Art der Leiter er ist er ist auf einiger Antrieb nur irgendjemand muss ein Deskontor machen ganz ehrlich es ist auch verliebt an der Leine ein einleitiert überleben da ist das mit einem Ausstatt ja 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 Prozent in der Zeit ist erländen er erinnert auch mehr in den Wagen so scheißen Arne war Töte die doch mal! Nein! Nein, ich will nicht sterben! Nein! Dumm, Alter! Ist doch dumm, Alter! Schau bitte an, ich kann mal Tage lang sein, du bist doch doch! Hey, Fremde, du bist doch der Dumm hier! Ich bin der Dumm, du bist doch doch doof! Was? Ja! Oh, perfekt, Junge, du Krummel! Sau, ey! Oh, ich halte dich doch nicht! Hallo, Krummel, weg hier! Ich mag's halt mal! Ich friere ihn jetzt ein, glaubst du nicht! Ja, ja! Oh, bleib'n wieder, Junge! Schnell! Wie auch! Wie auch lebt, du bist doch nicht! Ich will verarschen! Ich will verarschen! Oh, ich hab' aber... Ich hab' nicht, ich hab' nicht aufgefasst! Oh, Mann, Alter! Was ist das so? Kacke! Kacke, ey! Verarschen?! Wieso? 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 Bin ich tot? Äh, okay! Leute! Wir machen einen kurzen Staub, wir sind uns leid! Ah, ne! Machen Sie uns gleich wieder, wenn er wieder da ist, okay? Ciao! So! Oh, Leute! Wir zurück! So, ja, ich bin auch wieder da! Wir haben Cola! Ja, er ist nicht langeschlagen! Äh! Genau das passiert mir immer wieder! Deswegen bin ich die letzten drei Mal schon wieder abgeschafft! Au! Man macht doch nicht immer nass! Ich halte hier immer! Ah, erwähnen! Ah, jetzt kapiert! Schlauer Trick, Bitch! Ruhe, Alter! Au, 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 au! Wird du auch mal mit angreifen? Au, nicht toll! Wenn du so ein Schild hat, nicht mit Zaubern angreifen! Sondern, na, kam! Bam! Was, was, was? Na, auf, vor! Oder so! Jetzt volle Kanäle! Feuern! Au, au! Lebe ich wieder! Schnell! Ja! Na! Jetzt volle Kanäle! was er hat als er haltet sich Karten weiter und Pansen jetzt und hier meine Fresse der Gegner auf den Jassen auch in den dieser Folge das Verletzten musste heute allein BAM oh hey wie das Grafiki und der Geräte jetzt für die nicht so lange wieder wäre das ja okay bei mir meine ich so ein letztes Mal umgebracht jetzt halte ich Warte komm schnell B A komm wir hätten noch ein bisschen Leben lock dir mal zu mir da, 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 da geh weg noo, geht doch, ich will so entsperren dann geil, karte toll ganz ehrlich oh, kurze Trink, Leute k und kann ein bisschen gehört die und er hat sich wohl nicht so aus dem Tod abtrunten gehabt hallo hh in der Haare erlaubt im Fallen nicht so ein Zockerarm was in Zockerarm der Abenteuer das ist ja noch besser ich habe Hunger wer macht jetzt den Haufen das wäre jetzt ein Schwer so wer macht nie die ganze Kille ey da oben ein Schwer mein Schwer das ist ja noch kein Schwer da oben das Aufbrüder hat die Mauer durch die Brachten wir müssen auf einem Fall eine Rose kauft die Prozent und erlauben Frieda und sie sind reingelaufen kann das mal erklären und spacht dann kommt aber sie sind anfällig gegen Eis haben sie rausgekommen weg von meinem Schwert oder bist du wollen Geh weg! Geh weg! Ich glaub ich da wenigstens rausgefallen Cool Jetzt kommt hier die ganze Armee